Nach dem großen Knall wird eine Zeit anbrechen, wo wieder aufgebaut werden muss. Und man wird eine neue, ganz besondere Art von Soldaten benötigen. Dieser Mann trägt eine geladene Waffe mit sich. Machen Sie sich darauf gefasst, dem nächsten amerikanischen Helden zu begegnen. Dafür sind Sie jetzt zuständig. Meinen Sie das im Ernst? Sein Name ist... Hell. Sam Hell. Wie von dir gehört? Wir fahren nach Vortag. Und das ist das Abenteuer, auf das er ungeduldig gewartet hatte. Wir holen Sie dort raus und dann werden Sie sich an die Arbeit machen. Und wenn einer auch nur die jenigste Chance hat, die blutjungen und bildschönen Mädchen aus dem Klauen von Toti zu befreien... Es grenzt an ein Wunder. Genau. Wir gehen. Und aus Frogtown zu entkommen, ist es Sam Hell. Seien Sie gespannt auf Action und Abenteuer. Der Tanz der drei Schlangen kann tödlich sein. Du bist ein richtiger Mann. Tanze! Oder stirb! Ihr werdet also alle sterben. Fragen Sie sich, ob Sam Hell, The Hunter, gespielt von dem Kraftpaket Roddy Piper als Sam... Schneide es durch! Sie sind ein merkwürdiger Kerl. Und Sandal Burtman als seine Gefährtin Spango diese Abenteuer bestehen. Und wegen Sprengsatz! Sam Hell, The Hunter. Jetzt gibt's Blei, ihr Frosche! Beى, ihr werdet! Hans! Untertitelung des ZDF, 2020